Jetzt in GO! Tom fährt den neuen Mazda CX-5. Außerdem testet Ronny den scharfen Honda Civic Type R. Und wir werfen einen Blick auf den frischen Nissan X-Trail. GO! Das Motormagazin. Powered by Turmöl. Tankbare Preise. Letzte Woche waren wir dabei, wie 108 Mazda CX-5 an die österreichischen Mazda-Händler übergeben worden sind. Bei der Gelegenheit haben wir uns auch gleich einen geschnappt und nach Wien entführt. Der Grund dafür ist recht simpel. Wir wollten eine ausgiebige Testfahrt mit dem CX-5 machen. Das habe auch gleich ich selbst gemacht und was dabei rausgekommen ist, sehen Sie jetzt. Das Leben wird immer schneller und mittlerweile muss jedes Fahrzeug, das auf den Markt kommt, dynamischer und aufregender als sein Vorgänger sein. Scharf geschnittene Linien, garniert mit fernöstlicher Philosophie. Und so sieht er dann auch aus. Der neue Mazda CX-5. Wesentlich dynamischer in Form und Auftritt, aber viel wichtiger ist ja, was unterm Blech steckt. Denn dort spielt schließlich nicht nur die Musik, sondern auch alles, was das Auto an sich ausmacht. Denn die fesche Hülle allein macht noch keinen neuen Verkaufsschlager. Der Mazda CX-5 besitzt über innere Werte, die sich durchaus sehen lassen können. Zum einen haben sich die Interior Designer großzügig dem Innenraum gewidmet. Dabei haben sie auch gleich mal alle piefigen Materialien des Vorgängers entsorgt und einen wirklich hochwertigen Innenraum geschaffen. Man fühlt sich hinter dem Steuer sehr wohl und in einem heimeligen und auch gleichzeitig luftigen Ambiente gut aufgehoben. Eine von Mazda sehr häufig kommunizierte innige Verbindung vom Fahrer und Fahrzeug stellt sich also recht schnell ein. Jimba Ittai nennt man das beim Mazda. Ich nenne das maximale Annäherung an den Mazda Markenkern. SUVs gibt es hier mittlerweile viele und das ist natürlich für einen Hersteller wie Mazda wichtig, sich so zu positionieren, dass er auch zur Marke passt. Also gibt der CX-5, der neue, den Dynamiker. Erreicht wird das Ganze durch eine Lenkung, die sehr viel Feedback gibt und ganz wichtig, weil ein typisches Mazda-Pfannestück die Schaltung. Und dazu kommen natürlich auch noch Motoren, die sich ganz dem Downsizing verweigern. Nämlich Sky-Active-Motoren mit vernünftig Hubraum, zum Beispiel über zwei Liter und das Vierzylinder in der Klasse. Das ist schon fast ein bisschen eine Seltenheit. Durchzugsstark und emissionsarm. Mazda bietet seidenweich laufende Benziner mit 2,2 Liter Hubraum und durchzugsstarke Diesel mit 2 Liter Hubraum. In unserem Fall ist ein 150 PS starker Diesel mit 2 Litern Hubraum verbaut. Er leistet 380 Newtonmeter an Drehmoment, die er an das Allradsystem schickt. Mazdas Allradsystem arbeitet mit allen Sensoren, die der CX-5 anbietet, zusammen und ermittelt so, ob und vor allem wie viel Kraft an die Hinterachse geschickt wird. Liegt kein Bedarf an, läuft der CX-5 rein frontgetrieben. Kein System für Bergsteiger, aber überaus clever im Alltag. Eines der überraschendsten Features des CX-5 ist wohl seine Farbe. Soul Red Crystal. Nun, Rot ist ohnehin schon die Farbe von Mazda, aber mit dieser neuen Variation ist tatsächlich keine andere Lackierung mehr denkbar. Der Farbton lässt am CX-5 jede noch so kleine Lichtkante erstrahlen. Da zahlt man dann auch gerne die 890 Euro Aufpreis, die der Edellack kostet. Und im Grunde ist der Mazda CX-5 aber der alte geblieben. Allerdings mit wesentlich mehr Talenten, besserem Design und offensichtlich wesentlich mehr Rot. Dass es einen brandneuen Seat Ibiza gibt, hat sich unter Autofreunden ja schon herumgesprochen. Aber wie viel vom Urgedanken des Seat Ibiza Nummer 1 steckt eigentlich noch im neuesten Modell? Um das herauszufinden, haben wir uns einen der allerersten jemals gebauten Seat Ibizas geschnappt und sind eine Runde damit gefahren. Und bei der Gelegenheit haben wir auch gleich den Kralshüter der Seat Geschichte getroffen. Also anschnallen und los geht's ins Jahr 1984. Der neue Seat Ibiza ist zweifelsohne ein richtig gefälliger Kleinwagen geworden. Modern, connected und mit dynamischen Linien passt er perfekt in unsere Zeit. Er steht stellvertretend für die Zukunft der Marke Seat. Denn er ist nicht weniger als das wichtigste Modell der spanischen Marke. So zukunftsträchtig auch die Technologien im neuen Seat Ibiza sind, so bescheiden waren seine Anfänge. Denn der erste Seat Ibiza wäre ohne fremde Hilfe bestimmt nicht so ein Erfolg geworden. So war es ausgerechnet der deutsche Sportwagenhersteller Porsche, der Seat bei der Entwicklung des allerersten Ibiza unter die Arme griff. Die Zusammenarbeit mit Porsche bei der Motorenentwicklung steht für eines der wichtigsten Features unseres Seat Ibiza. Der 1,5 und der 1,2 Liter Motor sind echte Porsche Aggregate. System Porsche, das steht sogar am Zylinderkopf. Der Ibiza Nummer 1 zerblickt 1984 das Licht der Öffentlichkeit und steht ab diesem Zeitpunkt stilprägend für alle weiteren Modelle der Marke Seat. Das Design stammt aus der Feder von niemand Geringeren als Giorgio Giorgiaro. Er zeichnet sich unter anderem auch für das Design des allerersten VW Golf verantwortlich. Wenn man den ersten Seat Ibiza ein wenig genauer betrachtet, sieht man den Golf 1 an manchen Stellen sogar ein wenig durchblitzen. Nichtsdestotrotz ist es der erste Ibiza, der das Image der Marke Seat in die Geschichtsbücher der Automobilindustrie schreibt. Der Ibiza ist für uns wie eine eigene Marke. Es gibt Länder, da kennt man den Ibiza besser als die Marke Seat selbst. Offensichtlich nach fünf Generationen hat sich der Ibiza auf eine sehr rationale Weise weiterentwickelt. Er steht für mediterranen Charakter und typisch spanisches Design. Das sind für uns sehr gute Zutaten für die Zukunft. Mit seiner Länge von drei Metern 60 und einer Breite von 1,6 Metern wirkt er neben dem aktuellen Seat Ibiza fast schon zierlich. Kein Wunder muss der Neue auch jede Menge Technik sowie aktive und auch passive Sicherheit unter seiner Karosserie verbergen. Die Sorge der Insassensicherheit war damals noch nicht das Hauptthema bei der Fahrzeugentwicklung. Einziges Sicherheitsfeature ein 3-Punkte-Gurt, mehr nicht. Der Ibiza Nummer 1 wollte ohnehin mehr mit seiner Dynamik und seinem überragenden Platzangebot überzeugen. Als wir den Ibiza 1984 auf den Markt brachten, transportierte er ein junges dynamisches Image. Mit Motoren, die stark genug für ein herausforderndes Fahrerlebnis waren. Darüber hinaus bot er große Innovationen, wenn es um das Raumgefühl im Auto geht. Der Wagen hatte wirklich ein sehr geräumiges Interieur, auch wenn man es im Vergleich mit dem neuen Ibiza gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber Autos sind ja heutzutage generell erheblich größer. Innovativ und dynamisch ist der Ibiza selbst in der fünften Generation noch. Dabei aber sicherer und effizienter als je zuvor. Seine Wurzeln nämlich die des leistbaren Kleinwagens, der das gewisse Extra bietet, hat er aber offensichtlich nie vergessen. Österreichs Oldtimer-Freunde holen ihre Preziosen ja nur bei bestem Wetter, sonntags und zu besonderen Anlässen aus der Garage. Einer dieser Anlässe ist die Südsteiermark-Klassik. Ein Fixpunkt im österreichischen Oldtimer-Freunde-Kalender. Da darf natürlich mein Kollege Ronny Rockenbauer nicht fehlen. Allerdings mit gutem Wetter war da nichts. Und Ronny ist Gott sei Dank äußerst wetterfest. Das Event Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Oder zumindest mal richtig Frühling? Diese Frage stellte sich wohl so ziemlich jeder Teilnehmer der diesjährigen Südsteiermark-Klassik. Denn Petrus bedachte die feine Oldtimer-Rallye mit einem Greatest Hits auf Regentropfen. Große Tropfen, kleine Tropfen, Schnürdelregen und Platzregen. Da war wirklich für jeden historischen Blechfisch etwas dabei. Die Südsteiermark-Klassik gehört definitiv zu den interessantesten Oldtimer-Veranstaltungen in Mitteleuropa. Der Grund dafür ist natürlich, weil die Streckenführung äußerst selektiv ist. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass einfach wahnsinnig feine und schöne Autos und wahnsinnig nette Leute sich an diesem Wochenende zusammenfinden. Und da tut auch das wirklich grausliche Wetter, das erstmals seit ein paar Jahren eben der Sonne gewichen ist, auch keinen Abbruch. Da hat Ronny völlig recht. Der Südsteiermark-Klassik wohnt eine ganz eigene Eleganz inne. Auf der einen Seite hat man die schnellen, teuren, gar raren Preziosen und auf der anderen Seite Autos, die zwar oft gebaut wurden, aber trotzdem aus dem Straßenbild verschwunden sind. Und keines wird geschont. Auch wenn man bei diesem Wetter keinen Hund mehr vor die Tür schicken würde. Die Oldies ziehen stur ihre Bahnen. Wiederholungstäter schreckt das bisschen Wasser natürlich nicht ab. Man wird halt einfach auch mal nass, lautet die Devise. Das Nass ist gar nicht so das Schlimme. Aber wenn es dann kalt wird, so auf dem Pass oder so, das ist dann auch unangenehm. Aber wenn man richtige Klamotten hat, dann geht das schon auch. Vom Vorkriegsfahrzeug bis hin zu Supercars aus den 60er Jahren findet sich alles im Starterfeld, das das Herz des Oldtimer-Fans begehrt. Und mittendrin Opel-Vertriebsvorstand Peter Küsspert. Er geht mit einem wunderschönen Opel-Record-Coupé ins Rennen. Auch er wundert sich ein wenig über die untypischen Wetterkapriolen. Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall schon sehr feucht heute. Aber zumindest auf der Teichalm hat es keinen Schnee gehabt. Also man freut sich ja schon über Kleinigkeiten. Und jetzt schauen wir halt, dass es langsam aufreißt. Strafsekunden, Sonderprüfungen und etliche Kilometer am Steuer eines historischen Fahrzeuges. Dabei gehen die Fahrer es durchaus sportlich an. Da spielt dann auch das Wetter keine Rolle mehr. Man spricht dann schon sogar mancherorts von einer neuen Dimension des Fahrens. Auf jeden Fall. Also es kriegt eine ganz andere Dimension, als wenn ein schönes Wetter ist. Das ist so. Aber macht es nach wie vor Spaß? Ja, schon. Was man nicht alles der Liebe wegen macht. Ja, genau. Liebe hin, Dimensionen her. Die Südsteimark Classic gibt bei jedem Wetter etwas her. Da holt sogar Opel Österreich-Boss Alexander Struckel seinen Opel GT aus der Garage. Die Corvette des kleinen Mannes passt ja geradezu perfekt zur Südsteimark Classic. Das passt sicher perfekt. Das ist ein tolles Auto mit dieser Coca-Cola-Flaschenform. Und nicht wirklich für kleine Männer. So klein bin ich jetzt auch nicht. Und ich passe gut rein in das Auto und wir haben richtig viel Spaß. Alle Teilnehmer sind zufrieden und es ist im Regen auch niemand abgesoffen. Für alle ein unvergessliches Abenteuer. Auf die nächste Südsteimer Classic im Jahr 2018 darf man sich schon jetzt freuen. Aber dann hoffentlich wieder bei Sonnenschein. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Das war's mit Teil 1. Aber dran bleiben, denn gleich geht's weiter mit diesen Highlights. Gleich im Go. Ronny geht ans Limit im Honda Civic Type R. Und wir fahren den neuen Nissan X-Trail. Also unbedingt dran bleiben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.